die Osterhase ja danke die sich richtig Hallihallo und herzlich willkommen wir nehmen heute Montags Mahner auf falls euch das gesagt und die Jahre ich hoffe ich werde nicht hier in die Mitte okay ich war nicht wir müssen jetzt einfach hier erraten und das dann in den Chat schreiben quasi er auch noch nicht auch irgendwas auch so der Hütte sich wahrscheinlich das raus Warte Wohltes an so etwas im Köln die glaubt bald Stattel St er hat er Katze! Ähm. Äh. 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 Was kann der? Skyblock. Äh. Alter Gartenhaus. Nee, wie heißt das? Na. Gewächshaus. Ja, ich hab's richtig. Gewächshaus. Gewächshaus. Mach! Ja, gut. Du hast einen Punkt bekommen. Okay. Also wir helfen uns schon gegenseitig, ne? Wieso? Jaja. Alter. Ich... Scheiße. Und wenn man's falsch schreibt, ähm. Ich ist egal, oder muss man's genau richtig schreiben? Ja, man muss richtig schreiben. Weil ich bin nicht so der Rechtschreibtyp, ne? Warte, ich dachte grad, ich wär dran, weil im Chat gestanden wär. Äh. Ja, Kevin. Okay, äh, was kann das sein? Ich muss das vielleicht von einer anderen Perspektive sehen. Ich geh jetzt mal rüber. Warte, was könnte es sein? Äh. Warte. Warte. Ich hab's. Ne. Ich hab's nicht. Schön wär's. Äh, das ist... Ein Knopf. Kuchen. Helm. Da kommen... Kappe. Ja. Äh. Schleimbeutel. Ja. Ähm. Warte. Dach. Vulkane. Äh. Ich hab' ne Pyramide. Warte. Warte. Ähm. Warte. Ähm. Das andere Wort für Piano. Das ist... Was Piano? Kleiner, oder das? Ja. Guck mal Klavier. Ach so, jetzt falsch spielbar egal. Was find das nie, Alter. Das ist wirklich nicht gut. Irgendjemand hast richtig, geht? Hä? Äh. Warte, ne? Und der hat wohl sein eigenes Pad. Weil vorher steht irgendwas. Äh, was so grün ist. Alter, das errotet niemand. Ja, 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 ich will das jetzt auch zum ersten Mal. Wie lange geht das denn so? Das weiß ich nicht. Oh, was macht der? Die Zeit ist drogen. Tasche. Tasche? 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 Das war ne hässliche Tasche. Das war... Seidokotasche. 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 Oh, Mann. Was ist mit dem? Ja, okay. Ich geh selber zu sein. Wenn wir dran sind, verkacken wir es auch. Ja, schon logisch. Ihr habt es noch nie gespielt. Ich meine, glaub schon. Ne, ne. Ein��, doch ein mal ausgespielt. Äh, gelb. Er scheiße wenn gehelogoische Wind f reversed. Äh... Gelb, loh. Äh... Scheibebroters. Ne, äh... Was kann das sein? Reckmann Aspekt die das soll das sein aber ich bin mal und ich habe das richtig schwierig vorwendet und die Stichungen ist Prozent quasi er ist sie mir auch ich glaube ich geht mal hierüber ein PSP Köln Köln sowas bin ich richtig schlecht hatte Sessel die Sonnenschlüssel in der Arten ich weiß nicht ich bin so was es ist sehr das ist ja heute gemacht schütteln und es zu verstehen es gibt es bald Klo er bitte sein können k das schaut doch aus wie ein schwamm was ist das? in dem hauts wort zwei haben es schon was ist das? ich schreibe doch schwamm nicht falsch Käse? ich bin unten Osterhase ja danke alter fuck das ist ja richtig schwierig ja ich weiss es aber ich tue nicht so auffällig ok irgendwie da Füße machen so ja kacke ja hahaha das ist voll warte wie soll den Hurs der Hasemann man scheiße soll ich es reinschreiben? ne wenn ich umso früher ich es reinschreibe umso schneller ist die Runde zu Ende ja warte bitte man ahahah haha hahaha Hi hahaha ha ha er hat die jetzt im Kopf so ein mehr warte bitte noch gut irgendwie die alle zweiten Reinkommen St er hat die Steinsen ich hab's gleich Ja, ich will nicht, dass ihr mit einem anderen das reinschreibt. Mikrofon. Einer ist zu viel aus der Nase. Das ist doch keine Hase. Das ist kein Nase. Ne. Soll ich es tippen? Ne, warte mal. Gomme. Warte, ich tippe jetzt einfach rein. Oh, fuck, ich darf nicht höher. Ungespielt. Maudado. Ey, Bruch. Warte, ich muss jetzt schwieriger müssen. Warte, Luki. Alter, fuck, das kannst du nicht bauen, das kannst du nicht bauen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Hey, sowas scheiße. Alter, das geht echt nicht. Alter, hoffentlich muss ich nicht runter. Ich glaube, das muss jeder mal runter. Äh, äh. Ähm. Alter, das, äh, o-star-hase, wasch. Ich mein, o-star-hase, ey, das ist echt schwierig. Ich mein, o-star-hase, wie willst du das machen? Wie kommst du auf Klavier, Mann? Äh. Äh, was kannst du sein? Äh. Alter, wir sind sowas richtig schlecht, also auf jeden Fall ich. Ich weiß jetzt nicht, ob du so richtig schlecht bist. Aber auf jeden Fall, ich bin richtig schlecht. Ähm, warte. Haus. Könnte sein. Warte. Könnte es die anderen aus von Spongebob sein? Gibt's ja aber omnibus, aber das ist richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie man so beschreibt. Äh. Alter, o-star-hase. Das ärgert mich gerade immer noch. Aber ich glaub, hätte die Ohren noch gemacht, denn hätte man es erraten. Ähm, das könnte sein, vielleicht. Aber das eine Art ausgesinnt mit Penis. Echt? 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 Ehm... Ich schreibe überhaupt nichts rein. Verde auf. Die Zeit ist rum. Straßenbahn. Ah, das war aber richtig schwierig. Ja, ich hätte... Straßen. Ich hätte eine Straße gemacht und eine Bahn daneben. Oder ich... rute oder bitte nicht nämlich jetzt mal an hatte das ganze sein holzhaus ich bin karusel mit doppel l weiß nicht ich weiß gar nicht wie man schläft ich bin echt scheiße ich hab mit doppel t geschrieben was ist es redstone fackel wetten oder fackel ich gebe es jetzt nicht mir was ist es denn bei mir ist es einfach als streichholz streichholz aber es war richtig gut ja es war gut nur ich habe mir jetzt irgendwie denkt minecraft oder song fackel beziehungsweise du hast dir jetzt dachte ich bin immer noch zweiter was könnte es sein okay hat sich nichts gemacht es könnte sein Enderman habe ich reingetan, aber es geht nicht. Was könnte es sein? Tee! Jesus! Tee! Alter, was ist das? Die muss auf die andere Seite. Schwierig? Ich weiss es nicht. Tiger! Tee habe ich auch schon. Tee für Tomaten! Genau! Timolia! Flaschenöffnung! Schnapps! Nein, zumal echt! Überleg mal! Das sieht doch aus wie ein ungedreter Penis! Scheiße! Twitter! Ach so Twitch! Ja! Es ist Twitch! Ich habe es auch eingegeben! Knoppel! Hä? Wie schrieb mir das? Ich habe es Tee! Twitch! Ich habe es genauso geschrieben! Nein, du hast Tee vergessen! Jedes Mal! Und du... Ach so! Ich habe es Tee fehlt bei dir! Ja, ich kenn mich nicht. Ich kenn nicht mal Twitch! Sieh, du hast schon auf Twitch geschaut! Livestreams! Heißt das das nicht mit den Livestreams? Ja! Im... Twitch! Aber dann hört man gar gar Tee! Im Twitch! Der zweite Tee! Ja, das hörst du nicht mal! das ich war vor die ich wollte ich hab's von dir hingegen hatte Fenster das ist es ein Grill Spiegel sie ist ein Lupe das wollte ich gerade sagen ah verdammt du bist eh richtig weit vorne ja ich hab erst einen Punkt ok ich glaub neunte Runde ist das jetzt ich weiss gar nicht wie man den Streit erzeugen Stift ähm bei Enes bei Enes lieb Leute ich glaub ich hab ein paar Pele das wär jetzt gekommen ne ne warte Wurm ne Alter warum schreibst du denn da nicht ja wenns gewesen wäre dann hättest Kevin du bist so verfickt unlustig äh was ist es an ah k fön fuck ja ein Flamingo ja ich hab's auch komm jetzt bei dir ein Punkt ja die ersten ne ja jeder muss mal rein wein wie will ich wein mach einfach eine Flasche aus was schwarz ja keine Ahnung ja aus schwarz einfach so eine Flasche und oben wird sie wieder zusammen gemacht wenns keiner ratet beziehungsweise wenn ich schreib's mal im Chat aber was schreib ich im Chat mach's rund ja oder so aber wenns jemand im Chat schreibt ne wenns jemand richtig hat dann drück ich gleich ab ja so und dann irgendwie wie mach die wein du darfst aber nicht zu hoch kommen gell du darfst nicht zu hoch du musst warte ich mich vielleicht ein Korken da oder so du musst weiter runter bei dem einen rechts was tust du ich geh weiter runter das hab ich nicht so gemeint du Trottel ja aber trotzdem hast du schon kein Weinslaschen ja dann sag mir wie du das machen willst warte so jetzt mach ich den Korken warte wie sieht wein aus ja so 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 rötlich lila so irgendwie so ein bisschen lila rötlich ich gebe ich mach einfach rotes Glas rein man Bombe Bombe er hat wein Alter fuck ich schreib's wein rot 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 also der Wieter der Diener ja ich hab gewonnen gewonnen Rundfunk ja das war eine schöne Runde ja liebe Leute das Spiel ist vorbei das heißt ich werde mich jetzt vorabschieden bis zum nächsten Mal und haut rein ciao